hier stelle ich erst mal dahin dieser moment wenn man eigentlich die schicken essen will sie sich aber eigentlich aufsparen will was auch nicht anders kann und doch noch mal rein beißt ich liebe die schickenwings nicht nice and dry hmm das ist genug für eine Toastie-Fire hm na komm die rennen ja komm schickenwings komm den besten oder hab ich mir ja sogar noch aufgehoben hm 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 big mac hm 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 ha es ist mir was vor frech es wollte schon die ganze Zeit Und hier ist die ganze Zeit schon. Ja, da hast du nicht so in die Kämmer. Ja, das war ja auch nur ein schicken Burger. Das hier ist ja ein Big Mac. Big Mac, das ist ja auch geil. Geil. Geil, geil. Oh, Spinnnetz. Aber ohne Spinner. Ich war seit Jahren nicht beim großen M. Ja, bei uns war es jetzt aber auch relativ lange her, tatsächlich. Ich habe immer wieder gehofft, dass Frosch mal wieder hinfährt. Aber... Ja. Jetzt hat er endlich mal wieder. Ja. Dann schau mir. Schau mir. Dude, komm mal. Das ist ein Böder, nicht ein Röck. Hier. Du musst eine Röckflöcke. Hold es so. Schau mir an die Hand. Oh. Ja. Ja. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ja. Ich habe es. Und spinn deine Röcke. Wenn du es. Ich habe es. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe es. Nicht schlecht. Ich habe es noch einmal. Oh, so close. Try again. You've almost got it. Man. You're getting into the zone. Don't give up now. I did it. I did it. Did you see? Oh, yeah. That was awesome. I think you're ready for the Olympic Stone Skipping Team. We're flying, Liebe. Ja, deswegen hätte ich erst ihm gesagt, was wirklich passiert ist. Oh, yeah. Braucht jemand BH? Ich hätte gerne ihn abzugeben. Was denn? Das machen wir früher mit der Maus. Alles andere geht ja nicht. War kein Wald-BH. Wie kann man keine Wald-BHs mögen? So schön Freiluft. BHs sind Freilufthaltung. Beziehungsweise aus Freiland-Haltung. Das sind die gesündesten BHs. Okay. Besser als die Massenhaltung BHs. Die Massenhaltung, die kann man ja vergessen. Die piken immer so an den Seiten. Meistern wir zu klein. Kannst uns hier noch gleich wirklassen. Ist noch gesünder, wirst du in ein gewisses Rumpfkrieg. Ah, papp la papp. Der Wald-BH regelt. Der Wald-BH regelt. Der Wald-BH. Er schießt. Er... Oh. Sorry, Mr. Fish. Watch me. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Here. You need a flat rock. Nochmal. Ich glaube, der kann uns mittlerweile. So close. Try again. You've almost got it. Hast du das Rüssel wieder verlernt? Man. Hm. Ja, ja. Okay. Kurzzeitgedächtnis halt. Ja, ja. So tun wir noch Orks. Wonder how many fish are in this river. Check this out, Sean. Wow. Nice view. You can see so far. Oh, man. Was ist los? Oh, nee. Nee, nee. Passt. Passt, passt, passt. Ja. Da wird da erst mal ausgerutscht. Ja. Da wird da erst mal ausgerutscht. Ja. Da wird da erst mal ausgerutscht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I know, me too. Ich wünsche wir einen Cheeseburger und einen Meltschicht, wie gestern. Oh, dude, das Schicht war so gut. Ich kann nicht, dass wir einen Diner auf dem Weg hier gefunden haben. Ich möchte noch einen. Ich weiß, wir werden einen. Ich promise. Ja, ich bin auch froh, dass wir die Limon eingepackt haben. Eigentlich müsste Hybrid jetzt hier sein, wegen der Wölfe. Ich glaube, Hybrid würde es sogar lieben. Allein wegen der Wölfe. Ich glaube, das wäre genau sein Ding. Oh, Quatsch. Was denn? Das Spiel? Wölfe? Ich meine, Wölfe? Wolf und Wölfe? Ich weiß nicht, ob das reicht. Denk an den Animationsfilmen mit dem Wolf. Da, ist auch gereicht. Am Sonntag. Wie viel Geld hast du noch? Ich weiß nicht, ob ich nach Hause zurückgekommen will. Ich weiß nicht, ob ich nach Hause zurückgekommen will. 20 Dollar und 30 Cent. Was habt ihr mit der Kohle gemacht, die ich euch besorgt hatte? Wir hatten 50 Dollar. Was habt ihr damit gemacht? Wir haben uns eine Weile nicht unterhalten, aber ich habe gerade einen Haufen Bullen bei deinem Haus gesehen. Sag mir, ob bei dir alles cool ist. Sean, alles cool bei dir? Scheiße, ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. Huch. Bist du schon bereit für die Party? Antworte, oder? Ich nehme deinen heißen... Ach ja, das war das mit dem heißen Papa. Wozu im Teufel bist du hin? Komm zurück, ich habe dir mein Ausfeld noch nicht gezeigt. Glaubst du, du bist der Einzige, der wen klar machen will? Hallo? Bist du noch da? Lass mich nicht hängen, Arschloch. Ernsthaft? Wenn du nicht zur Party kommst, mache ich dich kalt. Hast du das gehört? Es ist Halloween, nicht der 4. Juli, Leute. Scheiße, ich hasse es, wenn du mich wie ein Geist verhandelst. Das machst du bestimmt nicht, wenn du schön schreibst, oder was? Ich bin weg. Ruf mich an, wenn du soweit bist. Polizeiwagen in deiner Straße. Ruf mich bitte an. Papa sagt, deine Straße ist gesperrt. Siehst du was? Ich höre Sirenen von Polizei und Krankenwagen. Schau und antworte mir. Sag, dass es dir gut geht. Ich bin Krankenversorger. Dein Haus ist in den Nachrichten. Scheiße, Mann. Scheiße, ruf mich an. Sie sagen, dein Vater wurde erschossen. Oder hat jemand erschossen? Oder was weiß ich. Ist das Schrott? Richtig? Was auch immer passiert ist, man spricht mit mir. Ruf mich an. Irgendwas. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Sean, ich kann vom Flut nochmal nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Mir geht es nicht gut. Äh, Lala. Papa wurde erschossen. Ich bin mit Danny aus der Stadt. Nee, was? Was, was, was? Sean, wo bist du? Kann ich nicht sagen. Sean, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Tu das nicht. Papa ist tot. Er hat ihn erschossen. Was? Wer hat wehen erschossen? Ich kann nicht reden. Wir müssen weg. Nein. Komm sofort her. Ich kann helfen. Du wirst in Sicherheit sein. Gott. Wie schnell wollen sie die Tasten haben? Äh, woher sollte er wissen? Von dem hin, ich kam, das stand unbekannt. Ja, ist halt so, ne? Nein, ich rufe dich an, wenn ich kann. Tut mir leid. Ruf mich jetzt an, damit wir reden können. Ich muss deine Stimme hören. Ich weiß, du hast nichts getan. Wir sagen es ihnen. Sean, bist du da? Ich kann nicht schlafen. Huch. Äh, ich muss ständig an dich denken. Passt auf euch bei... Äh, passt auf euch auf, ihr beiden. Ich liebe dich. Werde ich... Junges, geht's euch gut? Wir haben für ein paar Stunden angehalten. Dennis schläft, er ist total fertig. Wo seid ihr jetzt? Wir stärken uns. Papa kann euch abholen. Wir können darüber reden. Nein, Lala, es tut mir leid. Du kommst echt nicht zurück? Nein. Ich bin bald ja schon. Ruf mich bald an. Hallo. Ey. Äh, wo bist du Arsch? Äh, schwing die Hufe. Bring Bier mit. Das ist schon alles. Sofort, du... Ich hab fast Geburtstag angegeben. Ja. Äh, hi Sean. Wie du siehst, ist hier Jen. Ich wollte nur sehen, ob du noch kommst. Noch nicht zu betrunken, also komm her zum Feiern. Sean, ich hab gehört, bei dir zu Hause ist etwas passiert. Bitte ruf Lala an. Wir sind für dich da. Sean, ich wünschte, ich könnte mit dir reden, aber meine Eltern sagen, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht. Meine Mutter ist Rechtsanwettel und sagt, wir dürfen nicht involviert sein, dass du mich nicht mehr kontaktieren darfst aus rechtlichen Gründen. Sie wollte auch nicht, dass ich dir texte, aber nichts hält mich davon, dir zu sagen, wie leid mir das mit deinem Vater tut. Ich wünschte wirklich, ich könnte helfen. Deine Freundin Jen. Deine Freundin. Boss. Oh Gott. Äh. Tonight. Freunde, wir brauchen dich. Sean, du stehst auf dem Plan. Also, wo bist du? Ich hoffe, du hast einen sehr guten Grund, uns so hängen zu lassen. Ruf mich sofort an, falls du deinen Job behalten willst. Sean, du kannst es dir einfach während der Inventur hängen lassen. Das ist extrem unprofessionell. Sean, dein Boss hier. Ich entschuldige mich für die vorherigen Nachrichten. Gina hat mir endlich erzählt, was passiert ist und es tut mir sehr leid, von deinem Verlust zu hören. Wir alle denken an dich und hoffen, dass du dich bei der Polizei von Seattle meldest, um die Angelegenheiten aufzuklären. Du und dein Bruder müsst hier sein, damit wir euch helfen können. Bitte kontaktiere mich, falls du irgendwas brauchst. Weißt du? Rein theoretisch. Also, also, so rein gedanklich, ne? Es wäre doch einfacher gewesen, sich der Polizei zu stellen. Weil, rein theoretisch, er hat ja noch nicht mal was getan. Er hat ja nur den anderen verprügelt. Und geschubst. Sein Bruder hätte sowieso nicht belangt werden können. Ich weiß nicht, ab wann Teenager in Amerika belangt werden können für die ganze Scheiße. Aber, äh, ich mein, desto länger sie weglaufen, desto strafbarer machen die sich doch eigentlich. Also der Kleine ja sowieso nicht, aber, aber eher. So, statt halt aufzuklären, was passiert ist. Nein, rennt man weg. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das ist leider jedes Kind, dass man nicht wegrennt. Vor allem, wie dumm muss man sein und sein Handy nicht ausschalten, wenn man schon wegrennt. Das kann man roten. Manche Sachen, na, die verstehe ich nicht. Aber im Spiel. Leider Höhenquall. Wie erklärst du, dass ein Polizist tot, dass ein Wagen liegt? Ja, keine Ahnung. Rein theoretisch, er kann es ja nicht gewesen sein, wieso wir das gemacht haben. Also, die Beine. Also, rein kopftechnisch. Gut, das erklärt, ja, natürlich kann man nicht erklären, wie das Auto dann zur Seite und so weiter. Man hätte übrigens sagen können, ja, Autounfall vielleicht. Der andere ist vielleicht geflüchtet, aber selbst das... Zumindest, dass er vielleicht da ein Bord schneidet oder sowas. Keine Ahnung. Aber die können hier kein Auto. Also, wir gehen ja mal davon aus, dass die Polizei nicht weiß, dass man schon vielleicht gar nicht existieren. Das tun. Ja, aber ohne Witz. Keiner kann so lange weglaufen, vor allem nicht zwei Bengel. Vor allem, wo die sich ja auch überall rumtreiben... Ich weiß es ja, Rein. Wo die sich dann auch überall rumtreiben. Und vor allem, wenn man wegläuft, dann scheint es mal wieder zu sein, ja, nie aus. Ich gehe mal davon aus, dass die Technik da schon so weit ist, dass man ordnen kann. Die Nachrichten sind da rausgegangen. Und mir kann auch keiner erzählen, dass die Leute, denen sie begegnen, keiner davon weiß, welche beiden Bengel auf der Flucht sind. Dad? Where are we? Außerdem hätte man immer noch sagen können, dass der Vater jemanden umgebracht hat. Nein, theoretisch. Ich meine, der ist tot. Den kann ich eh nicht mehr verlangt werden. Es ist okay. Du hast nur einen schlechten Traum gehabt. Ich kann mich gar nicht mehr bewahren. Sean? Ja, ist doch so! Where are we? Wobei rein theoretisch der Polizist hat sich eh nicht geschritten. Hätte einfach ehrlich sein können. Und selbst wenn der Bengel kann doch eh nicht belangt werden. Ja, aber selbst dann könnte er ja trotzdem... Ich weiß nicht, ab wann kann man... Na doch, Jugendknast. Jugendknast gibt's ja. Er hätte eher reinkommen können. Er ist neun. Ich glaube, mit neun kommst du noch nicht in den Jugendknast. Denke ich jetzt mal. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Aber ohne Witz, ich hätte mir dann halt irgendwas einfallen lassen, aber ich wäre nicht weggerannt. Es kommen noch mehr Stellen, worüber ich mich aufrege. Das ist nur eine von vielen. Und das Schlimmste ist, es ist einfach schon 20 Uhr. Und ich weiß nicht, wie lange diese kacke Episode noch geht. Er ist viermal zu schnell vorbei. Ja, ist doch gut. Einfach eine neue Story erfinden. Eine gute Story. Ich würde ja sagen, du musst die Zucca das haben, aber ich weiß nicht, wie Zucca das ist. Hier kann ich nichts dazu sagen. Ich glaube, wir haben heute noch nicht mal die Hälfte dieser Episode geschafft. Ich glaube, die Episoden waren hier aber auch recht lang. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommen mindestens noch zwei Abschnitte. Ja, ich weiß, wie viel Geld ich da drin habe. Ich weiß, wo sie erinnert. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube es, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Aber ich meine, ich weiß es. Hey, komm, ich weiß, wie kann jemanden mit diesem Schiff fahren gehen? Hey, komm, ich weiß, dass die Nacht die Hälfte war schwer, aber heute Abend wird besser sein. Ich versuche. Ja, ich hoffe. Ich glaube, ich habe einen Schiff zu helfen in der Hunde. Ich bin der Vater. Die Kalifornien. Vielleicht können sie helfen uns. Ja. Oder ich? Okay, da ist nichts mehr. Okay, da ist nichts mehr. Das sind keine Pandas. Ich mag Pandas. Aber Pandas mag ich. Kleiner und groß. Aber die sind halt auch einfach niedlich. Die sind niedlich egal, was sie tun. Das war ein Schwarzbärenangriff. Lassen Sie sie essen und besitzen sie mal fallen. Nicht weglaufen oder totspiegeln. Während Sie sich heftig, ziehen Sie auf den Kopf mit allen verfügbaren Objekten. Im Falle als Kurangriffs haben Sie einen 20-jährigen Mann. Was? Sean! 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 Ähm... Maybe some other time. I'm on it. He'll be ready. Yeah. After the night we just had, I'll pass. Sean! Sean! Was denn? Was? Was? Sean? Ja, was denn? Meinst du das eigentlich von hier oben oder was? Was denn mit? Was denn mit? Du rufst die die ganze Zeit panisch? Sagt aber nicht, was los ist. Was? Ich wünsche, dass wir heute hier sitzen können. Und... Oh shit. Siehst du? Es gibt sogar Bilder von uns. Wie kommen... Wie entkommen die bitte? Wie? Oh du willst, das würde keiner schaffen. Keiner. Zumindest keine Kinder. Das ist unrealistisch. The North West Post. Ihre örtlichen und globalen Neuigkeiten. Ansichten und Kulturnachrichten. Ausgabe 948. 30. Oktober 2016. Polizeisucht hatte Verdächtigen Sean und Daniel Diaz. Schießerei in Seattle löst Protest aus. Was denn für ein Protest? Drei Tote! Der Polizist war doch tot, oder? Zwei Tote, ein Verletzter. Ich weiß es nicht. Heial. Ohne Witz niemand. Der Nachbar ist so wie die Polizist. Ja, ist er echt so? Vor allem, statt halt mal nachzufragen, so ey, was ist denn los? Weil man ja gesehen hat, dass er sich ja drum kümmert. Oder, ne? Dass er panisch war. Er hat ihn ja einfach nur geschubst. Gut, er ist halt blöd geländet. Aber er hat ja noch gelebt. Er hätte mal gleich erste Hilfe geholt, wäre es halt halb so wild gewesen. Was heißt halt so wild, aber, ne? Weiter ein. Und der Kackfratzen da muss der Spanner schießen. Ganz tolle Geschichte. Also eigentlich ist der Polizist schuld. Aber nein, man läufst ja lieber weg. Ach was. Er ist halt echt so. Vor allem, er ist ja aus... Er hätte das ja eigentlich sogar beobachten müssen. Und er kam ja aus der Richtung. Ich kann mir gerne erzählen, dass er das nicht gesehen hat. Last night was so cold. I don't even want to think about ice. There might be some leftovers in it. Can't even check my god damn fuck. Is this our life now? There's nothing to do here. When do we leave? Hey. Come on in. Let's wash a little. I'm coming. Hey. Stop watching me! Perv. This is so que en bisschen... She's got a little droppier. Nice. Free water for us. Ah, cool! Ich weiß, so wash fast. Meine Hands are ice cubes. Okay, du bist fertig. A prognose wird auch überbewertet. Es ist wirklich schönes Wetter für ein PICNIC. Ist es nicht? So, was ihr euch heute dieses Gorgeous Day machen? Wir sind für die Woche zu campen. Aber wir... Mein Vater vergessen zu bringen, also wir müssen hier kommen. Oh, nein. Ich hoffe, du musst nicht weit gehen. Wo sind Sie camping? Ich weiß nicht den Namen der Ort. Es ist da, da. Das Weg. Ihr weiß nicht den Namen der Campsite? Hm. Okay. Okay. So... ... 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